Bei mir sind drei Leute auf mir. Ich komme wieder hoch, chill. Ich charge gleich eine. Ich habe einen Mist gekriegt. Wir haben einen Homie, der uns hilft. Kann das sein? Ja, ja, das sind zwei, drei. Einen geköpft, lass gehen. Vier Leute bei mir, oha! Jungs! Bei mir oben sind auch ein paar, aber die sind alle dead. Ich bin alle wieder. Charge mal wieder einen rein. Gott, ich habe ihn gerade runtergeschossen. Ich glaube, er ist da. Oh mein Gott, er ist noch einmal nach mir runtergeflogen. Okay, das ist gerade ein heftiges Signal. Ich habe schon ein Fischchen aufstehen. Ich kenne mich schon. Er lebt mir. Er hat nichts mehr. Er ist hart am Möbel. Wir kicken dann. Ja, kicken wir ihn in die Wand. Nein! Der Armee hat er. Nein, der Armee. Der Armee hat den Maximalkreis geinget worden. Niemals. Hey, hey, hey. Füße von mir, nicht von hinten. Ich bin zuerst mal. Ich bin zuerst mal. Ich bin zuerst. Schaffst du allein, schau, ich glaube an dich. Was ist das? Frau Furcht war es. Was ist das? Bischli? Du schreit. Achtung, Bro. Wir werden ihn besser anwerfen. Ja, werfen wir ihm die Flasche an. Alter, Armin, schau. Alter, wie er drunter kommt. Einfach die Flasche anrühren, die Flasche anrühren. Geh schon raus. Ja, geh schon raus. Lass ihn. Ich habe einen Ecken, als wir es so gut gefunden haben. Schade, Armin. Let's go. Ich habe noch eine Flasche. Es hat nicht mehr so geholfen. Jetzt habe ich genug vermödel. Ich habe noch eine Flasche. Ich habe noch eine Flasche. Ich habe noch eine Flasche. Lass ihn nicht. Schade,ir kann ich nicht. Der war schon ein wenig BM. Sorry, das war schon ein wenig BM. Einmal nach rechts. Pass auf... Er kommt jetzt da, putz her. 26 White! Er war mit ihr, ist Crack. Ich bin es da. Schau, ich bin mir schnell im Gebüsch gewesen, der meinte, er ist schlau. Nein, ich habe nicht gehört, ich bin nicht was da. Oha, ich bin nicht verleidert. Entschuldigung. Aua! Aua! Ich habe gecheckt, dass es der Letzte ist. Alles gut, ich habe dich gehört. Wirklich? Ich bin auf ihn gehumpelt und habe in meinen Rücken geschossen und dann ist die Zeit gelaufen. Darum habe ich auch meine Sachen erlebt. Es ist gläbender. Mobi ist ganz, ganz... Es kann einem auch etwas verändern. Darum überlegt euch immer, wie ihr zu Menschen seid. 100 Menschen Souveniere geben würden, die 100 Werten. Tönt lieber supporten und aufbauen, statt zerstören und fertig machen. Das bringt euch selber auch für mich. Notchoke. Ich bin mal in die Kamera auf die Mitte. Wo bist du in der Mitte? Die hat nice Plates. So werden jetzt gegen Cheeks geklebt. Ich habe deine. Ich habe meine. About to clap some fucking Cheeks. Oh man. Das war nicht bad. Nicht bad. Was hast du gefunden? Oh! Oh! Ah. Ah. Fuck. Das geht jetzt wieder. Ah ja. Das war der Play, Bro. Das war der Play. Das war der Play. Das war der Play. Das war der Play. Ich hab nichts gesehen. Ich hab nicht gesehen. Nein. Wo bist du jetzt wieder gewesen? Aha. Okay. Das ist so schade. Ich hab so geklippt und alles, man. Fuck! Ich bin so mad, halt. Ein ruhiger Stream. Ich meinte, Robert. Nein, ich bin gerade nicht ruhig, Alter. Kompleter Rage, Alter. Schottel, Kassel. In der Luft. Nockt. Ciao, Lärme. Der hat die Arsch. Das tut mir Arsch. Toxic in diesem Spiel. Schill sich ein wenig, fahren wir zur Jungle Light. Stimmt, wir haben noch keine Sense für nichts. Achtung, sie haben versucht, den Ding zu holen. Schau, schau, was sie machen. Schau, was sie machen. Keine Mana. Ich muss eh, Jungs, Jungs, Jungs. Ich bin 10 Jahre gestand, holy shit. Schön, schön. Schau, ich verab das. Ja, ja, jetzt sterben wir noch den Wichser ab. Schau. Hehehehehehehe. Oh, das ist nicht die Seite. Wir sind auf dem Geh-Steig. Wir haben jemanden mitgenommen. Niemand hat es gesehen. Oh, ein kleiner Unfall. Also okay. Wir haben alles im Blick. Wir sind nicht gestoppt. Wir werden Kurven bitte nicht auf den Geh-Steig. Eher mal. Er geht in dem Game nicht einfach fahren. Einfach ausdenken, was macht er. Das ist recht abgefahren. Wisst ihr. Oh, oh. Oh, oh. Geh-Steig-Unfall. Crime reported. That's right. Double crime. Okay. Better run. Polizei. Chill out. Hey, was ist jetzt passiert? Ey, das ist nur passiert, weil der auf mich geschossen hat. Tust du, was das nie passiert? Okay, okay. Gut. So fällt sicher nicht mehr der Move, wo ich bin. Okay. Das habe ich noch gesehen. Aber... Wir haben uns einen zu schnaller Karren. Er ist wirklich erschreckend schnell. Jetzt müssen wir jetzt wieder über eine Brücke, um zu dieser Brücke zu wirken. Okay. Auf geht's nicht. Das war schnell nicht so. Die Beistern hat sich auch versucht, ich bin halber. Oder ein, 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 ein bisschen dros. Ich weiß nicht. Und dann, ich weiß nicht, das alles, das, was in der Grund. Ich glaube, das ist die ganze Zeit. Ich mag meinen Chat. Das ist die Frage. Ja, sie sagten. Ja, sie sagten. Ja, ich sagten. Jü de Scarco. Ja, ich mag das. Das ist mein Liebeses. Ja, ich mag das. Das war das. Ich glaube Cooper würde es nicht machen, aber der Roboter ist im Verbot. Irgendwas kommt bei uns selber, Bro. Probieren wir mal über einen Sniper in den Turm. Ich sehe nichts. Das sehen viele Leute. Wer schiesst? Was siehst du, Bro? Gestorben. Ich bin... Er hat gesagt, knock. Ich bin... Ich weiss nicht, was er natürlich sagt. Mit seinem Scheissgeschütze, es klingt so schlimm, Alter. Ich habe irgendeinen Soundpack oder so. Irgendwas passiert. Wir haben es auch so gehört. Nein, es ist schon alles so, Bro. Bro, es hat so... Das ist bei mir gemacht. Richtig schlimm. Ciao, ciao. Schlafen gut miteinander. Messige Fass. Ciao, Farr. Oh, los. Aber darum an ich sie gerne. Ich habe das Zeugner. Dann... What the hell? Er hat jetzt neu connected, wie so ein Troll. So, jetzt kommt sie. So, jetzt ist es wie Farina. Killed. Wir sind jetzt Killed. Killed. Ja, das ist gut. 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 Bis morgen Abend. Danke vielmals nochmal. Seid ihr alle da gewesen und schlafen gut miteinander. Ciao zusammen. Meine sehr schön. Ja, das ist gut. Schlafen. Ja, das ist gut.